Allere, meine lieben Freunde, wir sind wieder hier in diesem Abschnitt. Ich kann mich da bewegen, stimmt. Okay. Leute, waren die eben auch schon hier? Das ist das letzte Mal? Hä? Hä? Was? Wie? Hä? Was? Wo? Was? Hä? Wie? Gab die letztes Mal auch schon? Ich weiß es nicht. Kann ich das nicht überspringen? Oh. Aaaaaahhhhhh Aaaaaahhhhhh Yep, time for some shameless cross promotion. Player, cue that slow man. Okay Ich kann Türen öffnen Achievement bekommen Okay, cool So, noch gucken, was hier alles so ist Ob hier noch irgendwo was ist Ein paar Punkte, ein Taco oder so, keine Ahnung Aber wie es aussieht, nicht So, und hier hatten wir letztes Mal pausiert, ne? Genau, hier hatten wir letztes Mal den Part beendet Zeig den X-Men, wie es gemacht wird Okay Äh, bin ich dann ernst? Oh nee Oder auch nicht Of course We need fuel What's this baby at 69.9 miles per hour Eeeewww Oh my god, what's that over there? What were you doing over there? Just a little surprise for our player Okay Okay I didn't sign up for this I didn't sign up for this Alles klar So dumm ey So dumm Oh, wie cool So dumm ey So dumm ey Was?! Jetzt aber! Danke! Den krieg ich! Habe ich ihn gekillt? Ich glaube ja irgendwie nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber hier ist eine Munition. Danke! Was?! Komm schon! Hopp hopp! Okay, warte ich halt! Hopp hopp! Hopp hopp! Okay! Da hin? Kann ich doch irgendwie da hin oder muss ich... Nee, da muss ich auch gar nicht hin, ne? Sooo... Sooo... Wann aber war das richtig? Ich weiß es nicht. Geh da hin? Oh ne! Shotgun! Okay! Shotgun-Bauer! Sooo... Irgendwo da oben war noch einer. Da! Was macht denn der da? Okay, der ist tot. Du da oben? Oh Leute, ich hab... Mein Mikrofon ist ja voll nah dran. Was? Weg ich jetzt? So, äh, da oben kann ich hoch, okay? Okay. Hm, hm, hm. Hey, look! More floaty things to jump on! That's quite a maze. A maze for the player! Don't screw this up! It's a long drop down! Let's go to work! Hey, yo! Easy! Hallo! Genau! Oh, wo werde ich denn abgeschossen? Und da oben, okay. Ah, ah, hm. Okay, jetzt hab ich den aber, oder? Kein Geschieße mehr, was mich nervt. Glaube ich. Ah, ih, uh, ah, ah. Ah, okay. Oh, Leute! Oh, meine Stimme, Alter! Meine Stimme kackt voll ab! Das ist echt dumm. Das ist echt nicht gut. Nicht, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, hier hab ich, glaub ich, nichts mehr. Nichts mehr Wichtiges zu holen. Zack! Wir haben wieder recht viel Deadpool-Punkte, ne? Well, where is it? Where is what? Your big stupid question. Oh, you mean, where are we now? There it is. We're near Magneto's old Citadel. Cinder's is holed up here somewhere. What a deadbeat. He's such a squatter. Wow, that Citadel is huge. Magneto liked big things. Yeah, but I bet his Wii Wii is still low compensation. Okay, Moment. Ah, i, uh. Geh weg! Wo? Und da oben auch noch? Ach, kommt schon! Geh, den hab ich! Du gehst auch übel auf den Sack! Jetzt konzentrieren wir mich erstmal auf den da. Danke! Geh! Geh! Doch, jetzt krieg' ich den erstmal nicht mehr! Oh, Mann! Das ist jetzt blöd, ey! Das ist jetzt blöd, ey War ich da schon? Ne, was soll ich auch hier? Hä? Warum soll ich hier hin können? Das ist dumm Okay Ich Ich LOL Mein Controller vibriert die ganze Zeit Oh LOL Hallo Okay Oh LOL Äh, von wo? Von wo? Von wo? Hä, von wo? Wurde ich gerade angegriffen? Äh, LOL Äh Hallo Oh LOL Wieso zielt Deadpool eigentlich nicht mehr so? Das hat er doch immer gezielt, wenn ich irgendwie nur in der Nähe halt Zielen gedrückt habe Ja, jetzt schon wieder Hä? Okay Meine Stimme Oh Mann, ey Ach da LOL Okay, der ist besiegt Der auch Oh Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Wo ist der denn hin? Ach da Oh LOL Drei von diesen Teilen, Alter Ist das jetzt dein Ernst? Ah Aua 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 Aua, au, 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 au Au, au, au Au, 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 au Au Stirm Stirm Ah Heilige Kacke Okay Oh Gott Lalalalalala Bei solchen dicken Gegnern wünschte ich, ich hätte noch Aua Ein bisschen Shotgun-Munition Danke Oh Nee Okay Punkte Oh LOL Wo kommt ihr denn hier? Okay 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 Zack Okay Komm Nee Ich will jetzt erstmal Irgendwelche Verbesserungen machen Äh Habe ich hier noch mehr Schaden eigentlich? Nee, ne Auch nicht Hier? Vielleicht soll ich hier mit mal kämpfen Ein bisschen, ne? Okay Okay Feuerrate Mehr Patronen Okay Okay, das reicht erstmal Ähm Hier Shotgun ist voll Okay Feuerrate Und Schaden Und Schaden Habe ich nicht mehr Scheiße Und hier kann ich Nach einer Zeit verringern Okay Okay Den Rest spare ich Ich glaube Ich Äh Kämpfe erst mal damit Ein bisschen Ja Die Feuerrate Von den Dingern ist jetzt wirklich krass geil Von der Waffe hier Ist nett, ist nett. Wie, wie spät? 18 Minuten, okay. Oh lol. Ach, den kann ich so gar nicht angreifen, oh. Dann kämpfe ich so ein bisschen mit dem Hammer. Ich kriege den Tod. Irgendwie. Dauert noch ein bisschen. Aber ich hab's gleich. Yes. Darf ich jetzt erstmal gleich da hoch? Indem ich die Punkte eingesammelt hab? So. Den krieg ich. Yes. Okay, ich muss die Waffe hier wechseln, ey. Sonst mach ich dazu wenig Damage. Dauert das zu lange. Okay. Okay. Au, 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 au. Kann ich die eigentlich auch damit angreifen? Doch, kann ich. Geil. Oh Gott. Jetzt bin ich live. Okay, ich berege mich. Sehr gut. Yeah. Okay. Okay. Okay, komm. Einfach Rambo. Hallo. Du bist nervig. Bam. Kann ich die Waffe weiter verbessern? Nein. Okay. Wird das mit der Zeit gerechnet oder wie viel ich damit getötet habe? Bin ich hier gleich mal durch? Oh Gottchen. Der Hammer ist halt schlecht, aber ich will diese Fragezeichen, dieses Fragezeichen Upgrade beim Schaden haben. Mal sehen, wie viel Damage es da macht. Ich will den da gehen. Danke. Au, ich habe schon keine Munition. Ja. Aber ich kann mich nicht... Danke. Danke. Okay. Hallo. Hallo. Oh, wie viel denn noch? La 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 la. Nicht noch mehr von diesen explodierenden. Badabi, badabi. Das sind so viele. Ich habe ja hier nirgends einen ruhigen Moment, wo ich mich mal heilen kann. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Munition für die Shotgun. Von wo kommt ihr denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mal B drücken. Okay, hier ist gespeichert. Das heißt, hier beende ich jetzt auch erstmal die Aufnahme. Alter, ich kann mich da gar nicht mehr bewegen. Was ist das? Mann. Okay, ich glaube, es hat euch gefallen heute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.